So lange Mount King weiter Vulkanasche in die Atmosphäre boostet, wird sämtlicher Flugverkehr eingestellt. Fußballfans aus der ganzen Welt suchen nach anderen Möglichkeiten, um zum großen Spiel zwischen den Superstrikers und Invincible United zu kommen. Nicht nur die Fans. Dummer Vulkan! Weißt du denn nicht, dass ich nur mit Privatjets reise? Es wird Jahre dauern, wenn wir mit dem Zug nach Hause fahren. Deswegen, Freunde, reise ich immer mit einem Inspektor von Spector-Krimi. Der hier heißt das Rätsel des verschwundenen Rätselzuges. Es geht um einen mysteriösen Zug, der als verschwindet? Komm schon, Shakes. Es braucht viel mehr, um Invincible United zu schlagen. Ja, Mann. Warum versuchst du nicht deinen raffinierten neuen Schuss? Den Knuckleball? Nein, der ist noch nicht ausgereift. Komm schon, Shakes. Gib uns eine Vorschau drauf. Okay. Aber ich hab euch gewarnt. Vergiss uns. Du hättest den Hausmeister waren sollen. Schade, dass du den nicht perfektionieren kannst, bevor du den Scour antrittst. Seid ihr dann nicht so sicher? Kommt, unser Zug ist da. Wow. Ein Klassiker. Genial. Oh, ich nehme es zurück. Ich wünschte, es gäbe viel häufiger Vulkanausbrüche. Und das ist noch nicht das Beste. Wow. Wow. Ich bin endlich hier. Mein Herz ist spätig. 50,000 Fans screaming. Ich kann nicht meine Brüche. Die Whistler sounden. Mit jedem Aus dem Effort. Mit jedem Aus dem Effort. Mit jedem Aus dem Effort. Mit jedem Spiel ich habe. Ich werde die Super League greatest. Ich werde mein Bestes Schuss. Mit jedem Minute. Ich werde jetzt ein Fighter. 1, 2, 3. Ich bin ein Super Strikker. Strikker. Super Strikker. I green , I'll be your fighter. Near the ground, to Superstrikers. Superstrikers! Superstrikers! Trainingswagon als Teil des Zugs. Fahren Sie nicht mit uns, Coach! Ja, doch. Aber in dem Wagen könnt ihr trainieren. Verstanden? Verstehe ich nicht. Oh, wow! Das ist wie der Zug in den Spektor von Spektor und das Rätsel des verschwundenen Rätselzuges. Mit mir, Klaus von Klinkenhofen, am Fall wird kein Rätsel ungelöst bleiben. Ja, bis auf das Rätsel, wie man deine Nachnamen ausbricht. Ich habe die Statistiken der Saison analysiert. Pässe, Schüsse, Ballbesitz, Invincible United und wir liegen in jeder Hinsicht gleich auf. Deswegen brauchen wir beim Spiel ein besonderes Ass im Erbe. Den Knuckleball. Genau. Wow! Es ist so, als würden wir uns gar nicht fortbewegen. Wie funktioniert das? Ich habe befürchtet, dass du fragst. Aktiviere Anleitungsvideo. Es ist sehr einfach, siehst du. Der Waggon ist wie eine Zwiebel aus Stahlbohren konstruiert. Jede befindet sich in einer Flüssigkeit mit ähnlicher Dichte seines Inneren. Diese Antriebskraft schafft einen Massenträgheitsdämpfer, der jeder Kraft oder Beschleunigung entgegenwirkt, der der Wagen ausgesetzt wird. Ich meine, wie funktioniert das Training hier drin? Oh ja. Aktiviere Trainingsprogramm. Bitte, probiere es. Es sind noch drei Tage bis zum Spiel. Perfektionier den Knuckleball bis dahin. Dann werden wir Invincible United überlegen sein. Ja! Ich habe den ganzen Tag gesucht und kein einziges Rätsel gefunden. Ja, und der Butler hat gesagt, wenn du noch einmal versuchst, dich in seiner Abteilung zu schleichen, schmeiße dich aus dem Zug. In den Romanen von Inspektor von Spector ist der Butler immer schuldig. Ich weiß, dass er es getan hat. Hä? Was getan, Mann? Das muss ich noch herausfinden. Butler? Interessant, dass Sie hier sind? Ruhig, Mann. Der prickt unser Futter. Dieser Typ führt definitiv was im Schilde. Mein Steak! Endlich! Ein Rätsel! Hey, Shakes, Mann! Wie läuft das Training? Es ist anstrengend. Wie läuft es mit den anderen Jungs? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. In diesem Zug wurde ein saftiges, leckeres Steak gestohlen. Und einer von Ihnen ist der Übeltäter. Ich werde keine Namen nennen. Nur Berufe. Butler! Hey, nein, lass mich los! Oh, entschuldigen Sie, Mann! Ganz meine blöde Fantasie. Ja, auch wenn es in seinem Kopf nicht rosig aussieht. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Konzentriere dich einfach darauf, den Knuckleball zu perfektionieren. Invincible United wird uns ganz schön auf Trab halten. Ja, aber während sie noch reisen kann, nicht trainieren. Das wird für uns von Vorteil sein. Das wird für uns von Vorteil sein. Was machst du denn hier? Denkst du, ihr seid die einzigen, die durch diese Aschewolke gestrandet sind? Wenn ich gewusst hätte, dass du in diesem Zug sitzt, wäre ich gelaufen. Wenn du mich entschuldigst, ich habe zu tun. Das sehe ich. Was ist in diesem schicken Waggon? Das wüsstest du wohl gerne. Verrat's mir. Nein, warum nicht? Sag bitte und ich überleg's mir. Bitte. Äh, nein. Wie wär's, wenn wir darum spielen? Von einem Ende des Speisewandts zu wandern. Wer es erstes punktet, gewinnt. Es sei denn, du bist ein Angsthase. Und ich dachte schon, dass ich bis zum Spiel warten muss, um dich fertig zu machen. Nun, du wirst definitiv dich fertig machen, wenn du verlierst. Ganzes Technik von Scara. Vielleicht hörst du dich mehr auf dem Ball, konzentriere dich auf einen nahmen Kommentar. Hab dich, Loser. Tut mir leid. Das wird es. Autsch. Ja. Sieht so aus, als wäre der Zug auf meiner Seite. Der Gewinnerseite. Vergiss es, Scara. Überraschung. Dingan. Tor. Scara gewinnt. Du hast geschummelt. Ich habe gesagt, ich mach dich fertig. Ich habe nicht gesagt, dass es fair wird. Boah, irre. Nun, nicht schlecht für ein zweitklassiges Team wie die Superstrikers. Was machst du denn hier? Boah. Was ist das? Du hast reingeschaut. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Ja, ja. Danke für die Führung. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte. Okay. Tag zwei. Knuckleball. Los geht's. Ja. Mann, Mann, Mann. Ist das lieber, bevor Block es tut. Wie geht's mit dem Knuckleball voran? Er ist einsatzbereit. Scarra hat vielleicht den Trainingsballgon gesehen, aber er hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Wovon sprichst du? Ach, Scarra hat mich zu einem Spiel herausgefordert und... Moment, du sagst, Scarra ist in diesem Zug? Willst du mir sagen, dass du Dingan und Scarra nicht gesehen hast? Die sind schwer zu übersehen. Egal, was diese Typen tun, Ärger ist bei denen nie weit entfernt. Das ist jetzt egal. Die werden gleich abgehängt. Das ist nicht gut. Und es wird noch viel schlimmer, Mann. Es muss hier doch irgendein Notfallsystem geben bei dem Ding. Shakes, gib mir den Ball, Mann. Ich hab eine Idee. Das ist nicht wirklich der richtige Zeitpunkt, um zu trainieren. Das Training ist vorbei, Shakes, Mann. Zeit, den Knuckleball in Action zu zeigen. Ich denke, das heißt, dass du den Knuckleball perfektioniert hast. Ja! Ja, Leute, komm, um dich zu holen! Hattet ihr Glück? Nee. Nichts. Ich verstehe es nicht. Er muss irgendwo hier sein. Lass mich das mal klarstellen. Du sagst, dass Invincible United sich reingeschlichen hat, ohne dass es jemand gemerkt hat, und dass sie versucht haben, euch mit dem nirgendwo abzuservieren und dann einfach von einem sich bewegenden Zug verschwunden sind? Ja. Ich glaube, du hast zu viel Zeit mit Klaus verbracht. Keine Sorge, Jungs. Wir werden das Rätsel lösen. Entschuldigt aus dem Weg. Inspektor von Klinkerhoffen muss durch. Entschuldigt die Verspätung. Ich muss doch meinen Schnurrbart holen. Fahren Sie fort. Ich weiß, das klingt ein bisschen schräg, aber wer sonst würde mich gern vor einem großen Spiel mitten im Nirgendwo stranden lassen? Das Rätsel des verschwundenen Rätselzuges wird wahr. Wenn ich da logisch Schlussfolgere, kann ich mit Gewissheit sagen, dass es nur eine Person im Zug gibt, die zu so einer Tat fähig wäre. Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Shakes, wenn man einmal das Unmögliche ausschließt... Ja, wie das Kara von einem sich bewegenden Zug verschwindet. Was dann übrig bleibt, egal wie unwahrscheinlich, muss die Wahrheit sein. In unserer Sprache, bitte. Der Butler war's. Sie schon wieder? Ich habe Ihnen gesagt, ich habe Ihr Steak nicht angerührt. Es geht nicht mehr um ein bloßes Steak, klar. Es geht um... Das! Das ist der Riegel vom Trainingswaggon. Ich... Sie haben keine Ahnung, wie das hier... Fahren Sie sich das. Das nächste Steak servieren Sie in der Gefängniskantine. Spieltag! Und da der Vulkan noch alle Flieger am Boden hält, mussten beide Team andere Wege finden, rechtzeitig zum Spiel zu kommen. Und hier kommen die Superstrikers. Ah, da sind sie! Das war mein größter Fall. Das war dein einziger Fall. Außer, dass der Fall noch nicht abgeschlossen ist. Spieltag im Strykerland! Mac, denkst du, dass der Mangel an Vorbereitung die Leistung der Teams beeinflussen wird? Ich weiß nicht, ob dieses Spiel den üblichen hohen Standards entsprechen wird, Brenda. Und es geht los. Seht aus, als lägen wir falsch, Brenda. Shakes und Skara sind gar nicht eingerostet von ihrer längeren Anreise. In der Tat sind beide sie ein Topfurm. Es wird ein Genie brauchen, diese beiden Mannschaften auseinanderzuhalten. Du hast versucht, mich mitten im Nirgendwo loszuwerden. Das ist sogar für dich unterirdisch, Skara. Liest du keine Zeitung, Shakes? Der Partner war's. Du hast vielleicht alle anderen reingelegt, aber ich weiß, dass du es warst. Beweis es! Das brauch ich nicht. Dein Plan ist schiefgegangen. Dein Knuckleball ist perfektioniert. Und das kann ich beweisen. Ich hoffe es. Oh ja! Was für ein Torfurt, Shakes! Eins von vielen, Skara! Uh, wie beängstigend. Ich zittere. Ja, ich weiß. Du hast versucht, mich davon abzuhalten, zum Spiel zu kommen. Ha! Bitte! Ich wusste nicht einmal, dass du im Trainingswaggon warst. Aha! Also warst du doch im Zug? Tut mir leid, Shakes. Dein Verdacht war die ganze Zeit richtig. Schon okay, Mann. Inspektor von Spectre macht sicher auch Fehler. Skaras Plan ist schiefgegangen und wir führen. Das ist das Wichtigste. Ich befürchte, dass es nicht so einfach ist. Wie meinst du das? Skara hat zugegeben, dass er nicht wusste, dass du im Trainingswaggon bist. Was bedeutet, dass er nicht geplant hat, dich davon abzuhalten, zum Spiel zu kommen? Aber was hat er dann vor? Invincible United sieht entschlossen aus, wieder auszugleichen. Aus dem Weg! Aber nach Shakes Wundertor haben sie einiges zu tun. Oh, der Nackelball. Was? Was für ein Tor? Sieht aus, als bräuchte man mehr als einen Zug, um die beiden Teams auseinanderzuhalten. Das ist mein Schuss. Er wollte mich nicht stranden lassen. Er wollte den Nackelball stehlen. Also hat er den Waggon gelöst. Aber wie hat er den Nackelball gelernt und ist pünktlich zum Spiel gekommen? Scheint so, als würde euch eure Saison entgleisen. Ausgeklügeltes Verbrechen? Idiotensicheres Alibi? Cleveres Wortspiel? Der Typ ist gut. Mit der Führung in der Tasche wechselt Invincible United ihren ersten Mann ein. Klaus, die Weichen wurden umgestellt, als unser Zug rübergefahren war. Aber warum? Weil in Invincible United einen anderen Zug hatte, der auf sie gebartet, sie dann mitgenommen und zum Spiel gebracht hat. Natürlich! Hä? Das erklärt auch, wie Scarra aus dem Zug gekommen ist. Er ist mit dem Trainingswaggon geflohen. Rasta und ich haben die wohl fast auf die Resultat ertappt. Schicks hatte von Anfang an recht. Scarra steckte hinter der Zugentführung. Entschuldige, dass wir daran gezweifelt haben. Ja, aber wenn du weiterhin solche Tore schießt, ist mir egal, woran du glaubst. Du hast das Rätsel gelöst. Lasst uns United jetzt bestrafen. Ah! Ha! Hu! Ah! Ah! Wahnsinn, wie ähnlich sie sich Schicks und Scarra sind. Sie nutzen sogar die gleiche Schusstechnik. Denkst du, dass sie ihre Differenzen beiseite gelegt haben und gemeinsam trainieren? Näh. Sie halten es ja kaum auf dem gleichen Feld miteinander aus. Letzte Chance! Können die Superstreikers noch den Sieg holen? Zu dumm, dass Scarra Shakes gefoult hat. Hinterhaltiger Zug! Aber der Freistoß sieht zu weit aus. Selbst mit Shakes neuem Bombenschuss. Kein Unentschieden für United. Das reicht. Das ist eine Sache, die ich noch nicht verstehe, Scarra. Wie hast du den Waggonriegel im Abteil vom Butler platziert, wenn du mit dem Waggon abgehauen bist? Das ist einfach, wenn man es drauf hat. Ich habe mich auf den Weg gemacht, als ich eine brillante Idee hatte. Inspektor von Trottl war so entschlossen, den Butler wegen etwas dran zu kriegen. Also hast du das Beweisstück dort platziert. Und mit einem einleuchtenden, verdächtigen Zug war es ein klarer Fall. Ziemlich clever, Scarra. Aber wir werden euch trotzdem schlagen. Bitte? Die Zeit ist um. Ihr werdet die Punkte mit uns teilen, genau wie ihr den Knuckleball mit uns geteilt habt. Er hat recht. Der Riegel war das letzte Puzzlestück, aber das hat nicht geholfen, das Spiel zu unserem Gunsten zu drehen. Riegel. Drehen. Riegel. 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 Scarra konnte deinen Zug klauen, aber nicht deine Kreativität. Ja, es hilft vorbereitet zu sein, aber manchmal muss man einfach im Moment leben. Also wie bist du denn auf den neuen Zug gekommen? Das ist ein Geheimnis, das ich behalten werde. Und ich will Scarra nicht noch mehr Verdienst zuschreiben. Wo wir bei Geheimnissen werden? Wo ist Klaus? Gut, hier ist es sauber. Lass es uns loswerden, bevor wir erwischt werden. Aber es ist so großartig. Es fühlt sich an, als würde es sich gar nicht bewegen. Weil wir uns nicht bewegen, du Idiot. Wir sind im Betriebshof. Es ist großartig. Wir können mit 160 Kilometern die Stunden unterwegs sein und würden nichts spüren. Endlich verschwindet der Rätselzug. Mit den Tätern an Bord. Gut. Vielen Dank nochmal für die Hilfe, Inspektor von, äh... Klaus Reicht. Hä? Oh ja. Richten Sie ihm aus, dass es mir leid tut. Keine Sorge. Wir dachten auch, dass er es war. Ja, in den Inspektor von Spector Geschichten ist der Butler auch immer schuldig. Immer schuldig. Wie? Sie kennen Inspektor von Spector? Machen Sie Witze? Er ist der Grund, warum ich überhaupt Agent bei der Super League geworden bin. Ja, bei mir auch. Ist nicht wahr. Wir haben ein Poster von ihm in unserem Büro. Ja, wir sind große Fans. Kennen Sie dann auch den Inspektor-Titel? Auch wir den kennen? Inspektor von Spector, der beste Detektor. Er hat Stil, hat eine Art und sein Schnurrbart ist apart. Super Strikers! Super Strikers! Hey, Herr! Yes, ich bin in dem Neil selbst McG Avenger. Ahestравствуйте.